Hallo Leute, hier ist wieder der Jens und ich habe ein Konzept für eine neue Kanone entwickelt. Hier ist es etwas schief gegangen, die ganze Angelegenheit. Aber ich glaube hier habe ich etwas sehr gutes jetzt gefunden. Ich muss den Timer noch versetzen, irgendwo unter die Erde bringen, weil diese Kanone hat später den entscheidenden Vorteil, dass sie einen Rundumschuss hat. Also ich platziere drei Ladungen TNT auf jeder Seite. Also hier, hier, hier und hier. Und dann wieder hier, hier und hier, 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 hier und hier, hier, hier. Und dann wird das Ding schießen, das TNT fällt hier runter. Und ich hoffe es wird dann funktionieren. Und hier, äh, der Name für die Kanone wird sein, der Deivel, äh, abgeleitet von der Teufel. Aber so reden wir in Sachsen, der Deivel. Ich hoffe, mein Konzept geht auf und ich werde dann in den nächsten Minuten einen Testlauf starten. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, sie gelingt mir. Tschüss. Gut Leute, machen wir jetzt mal den ersten Test. Ähm, ich hab mir überlegt, hier noch eine kleine Schicht drauf zu machen, damit es auch optimal herunterfällt. Und jetzt probieren wir da Deivel mal aus. Ja, mein Hübscherzlein. Okay, drei, vier, zwei, sechs, sieben, acht, neun, fünf, sechs. Und hier unten auch noch einmal. Gut, bevor wir uns anfangen, ich habe so eine schwammige Vermutung, dass entweder das ganze Teil hochgeht, weil es überhaupt nicht funktioniert, wegen diesen Teilen, weil die gehen alle verzögert, die von den Teilen angetriebenen Rests und Fackeln. Aber meine zweite Vermutung ist, wenn es klappen sollte, werden sie wahrscheinlich an die Mauer hier ranfallen, an diesen Berg und zurückprallen und meinen Teil zerstören. Naja, probieren geht überstudieren. Ist sowieso nur ein Prototyp und ich werde es später an einem anderen Platz bauen. Lag. An sich ein sehr guter Versuch. Und meine Maschine steht noch. Juhu. Ja. Oh. Mann. Gut, okay. Ja, das ist doch recht, aber es hat nur ein ganz klein wenig zerstört. Aber sonst ist es recht gut verlaufen. Ich habe hier eine Höhle gesehen. Okay, ich hatte schon bessere Ideen als... Als ein Stapel mit TNT zu bauen. Naja. Mach mal ein wenig Licht. Gut. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bald werdet ihr eine... Version 2 von der Diable sehen. An einem anderen Platz mit einem Gehäuse oder was auch immer. Ah ja, wer es noch nicht gesehen hat, hier oben Redstone. Zum Antrieb. Ja gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.